Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem am meisten erwartetsten Video Ende des Jahres. Es ist soweit, wir holen die Jahresfavoriten 2022 raus. Ich habe das ganze Jahr über hunderte, mehrere hunderte Produkte getestet und habe jetzt hier die Produkte, die ich am meisten benutzt habe, die am meisten Freude bereitet haben und die schönsten Ergebnisse für mich erzielt haben und die würde ich heute gerne mit euch gemeinsam durchgehen. Wir haben wirklich alles mit dabei, aus der Drogerie, ein bisschen im unteren Bereich, ein bisschen im oberen Bereich der Drogerie, aber alles ist Drogerie, damit ihr die Produkte auch findet und ich weiß auch, dass ich meine, alle Produkte verfügbar sind. Ich verlinke euch meine Favoriten natürlich unten in der Infobox auch. Schaut da also gerne einmal vorbei und ich freue mich total, endlich dieses Video für euch zu drehen. Ich hoffe, es geht euch natürlich gut und falls nicht, hoffe ich, dass es euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen besser geht. Ich werde jetzt sehr sentimental zum Ende des Jahres hin, weil natürlich dieses Jahr, ich glaube, eines der aufregendsten Jahre meines Lebens war. Ich meine, ich habe zwei wundervolle Kollektionen rausgebracht. Ich habe ein Haus mit meinem zukünftigen Ehemann gekauft. Wir haben uns verlobt, wir werden nächstes Jahr heiraten. Und wer weiß, was nächstes Jahr noch alles passiert. Und das waren sehr, 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 sehr viele Eindrücke und da bin ich natürlich super, super dankbar und möchte das Ganze jetzt mit einem schönen Make-Up-Look abrunden. Und wir starten auch direkt, direkt mit dem ersten Produkt und das ist die Foundation. Ich habe jetzt heute keinen Primer hier mit reingenommen, weil ich dieses Jahr außer den Nabla Primer, diesem hier so gut wie keinen anderen aus der Drogerie verwendet habe. Mein eigener mit Rivalazmi, den gibt es nicht mehr. Den hätte ich jetzt auch benutzt, wäre ja jetzt auch wieder die Jahreszeit. Aber da es den nicht mehr gibt, habe ich den auch jetzt nicht mit in dieses Video reingenommen. Deswegen diesmal ohne Primer. Auch bei der Foundation fiel es mir super, 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 super schwer, eine Entscheidung zu treffen, weil dieses Jahr wirklich viele Foundations rausgekommen sind. Und hier steht schon eine, die erst im Januar rauskommt und ich habe die jetzt hier schon seit zwei Monaten und ich trage die im Alltag jeden Tag. Also, Freunde, ich sage das oft, aber diesmal nochmal mit Nachdruck. Die Foundation, die ich hier gerade stehen habe, die nächstes Jahr in die Drogerie reinkommt, ist ein Gamechanger für die Drogerie. Punkt. Ich habe mir aber diese hier ausgesucht und das war so eine knappe Kiste zwischen der L'Oreal Age Perfect, Collagen AS Fragmente straffender Meckabahn und Rivaldo Du Peleron Foundation. Ich habe sie dieses Jahr aber weniger genutzt als im Jahr davor. Deswegen ist es auf jeden Fall dieses Schätzchen hier, weil ich im Moment ja auch dieses natürlich Glowige sehr, sehr gerne mag. Und ich trage sie auch einfach schon mal auf. Ich benutze dafür einfach ein Foundation Brush und gehe da rein und dann geht das ganz, 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 ganz schnell. Also ihr seht das, ich muss mir keine Mühe geben, die Foundation lange irgendwie aufzuarbeiten oder in die Haut zu bringen. Nämlich gehe einfach innerhalb von ein paar Sekunden hier rüber und ich habe ein Bart. Also wenn ihr keinen Bart habt, dann geht das Ganze natürlich nochmal wesentlich schneller. Die Foundation Pfleg, das ist eine der wenigen Foundations, von denen ich keine Breakouts kriege, so unter Lagerung kriege. Und ich mag das Finish einfach so unwahrscheinlich gerne. Ihr seht das, ich habe auch, ich habe die ja schon eine Weile und ich habe die oft verwendet, aber du brauchst nicht viel davon. Und dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis da definitiv auch wieder gegeben. Eine sehr, sehr schöne, weiche Foundation, die für viele Hauttypen und auch vor allen Dingen Alterskategorien gut funktionieren. Ich kriege in letzter Zeit oft ein paar Nachrichten und Kommentare, ob ich nicht vielleicht mal Produkte für reifere Haut vorstellen könnte. Das könnte ich natürlich, die Frage müsst ihr mir nur beantworten. Ich habe ja keine reifere Haut und ich möchte euch keine falschen Versprechungen oder falschen Eindrücke geben, weil es auf meiner Haut anders funktioniert als bei euch. Wenn ihr wollt, teste ich für euch gerne einmal L'Oreal Age Perfect. Ansonsten schaut bei Mamako vorbei. Die hat da auch nochmal einen anderen Blick mit drauf als ich. Sie ist ja auch sehr gut versorgt mit L'Oreal Age Perfect Produkten. Vielleicht findet ihr da noch ein paar Inspirationen. Ansonsten mache ich das natürlich gerne, aber unter der Promisse, dass das nicht meine Expertise ist für reifere Haut. Wisst ihr, was ich meine? Du siehst nicht, dass es eine Foundation ist und das ist das, was mir im Moment... Das ist so verrückt. Das ist so verrückt, wie sich das geändert hat die letzten zwei Jahre. Ich habe das immer nie verstanden, wie man so Supernatural Foundations irgendwie jeden Tag tragen kann. Guess what? I'm a basic boy today. Mag ich sehr, sehr gerne. Concealer. Ich habe keinen einzigen Concealer dieses Jahr neu aus der Drogerie getestet, der mich wirklich umgehauen hat. Der Superstay ist okay, aber der hat sich nicht durchgesetzt. Einen einzigen Concealer, den ich mittlerweile wirklich ausschließlich benutze, ist der Anastasia Beverly Hills Concealer, weil er einfach die meiste Deckkraft hat. Der zählt jetzt nicht, deswegen mache ich einmal Concealer rauf und dann geht es direkt weiter. Während der Concealer ein bisschen eintrocknet oder ein bisschen fester wird, möchte ich schon ein bisschen Creme Browner benutzen und da ist es definitiv der Kiko Sculpting Touch Concealer. Ich glaube, ich habe den wirklich ganz am Anfang des Jahres benutzt oder gekauft und ich habe ihn immer noch. Und schaut mal, wie viel da noch drin ist. Also ich benutze ihn ja fast wirklich jeden Tag und ist einfach kaum was weg. Also du siehst, das ist weg, weil du brauchst nichts davon. Hier ein bisschen, hier ein bisschen reicht. Und das ist für den Preis phänomenal. Ich liebe Kiko dieses Jahr sehr oder ich habe die Liebe zu Kiko dieses Jahr auch wirklich herausgefunden und mehr Kiko Produkte denn je benutzt. Ich glaube, es war dieses Jahr auch das erste Mal, dass ich überhaupt Kiko Produkte getestet habe. Und ihr seht es, wie schnell und einfach der aufgebaut ist. Ich möchte jetzt auch nur ein bisschen davon benutzen, weil ich gleich noch einen Puder Bronzer habe, den ich am meisten benutzt habe. Das ist aber ein tolles Produkt, weil der auch nicht zu warm ist. Der Bronzer, den ich gleich benutze, ist wesentlich wärmer. Und um einfach schon mal so ein bisschen Kontur zu haben, ist das Ganze feiner. Übrigens, da ich gerade die Pinsel benutze, die Pinsel-Sets sind auch wieder da. Und einige einzelne Pinsel sind auch dazu gekommen. Also schaut gerne mal bei Magyamo vorbei. Wie schön natürlich sieht die Base aus. Und wir fixieren das Ganze natürlich auch gleich. Und dafür benutze ich schweren Herzens, aber es gab keine Alternative dazu, das Rivalazmi Flawless Baking Puder. Das ist dasselbe wie meines mit Rivalazmi, nur halt ohne mich. Deswegen habe ich es hier mit reingenommen. Das ist ein wundervoll fein gemahlenes Puder. Und auch hier Microfiber Multi-Tools Mini gehören definitiv auch zu meinen Favoriten. Einfach ein bisschen hier unter den Augen lang. Und es sind sofort die Poren geblurrt. Ihr braucht nicht viel davon und das gibt es im Standardsortiment. Während das Make-up so ein bisschen vor sich hin baken darf, möchte ich einen Bronzer benutzen. Und der ist natürlich auch einer meiner Jahres Favoriten dieses Jahr überhaupt. Und das ist der Magic Finish Satin Bronzer von M. Asam in der Farbe Deep. Ich habe ihn euch bei YouTube wenig gezeigt, weil ich immer so ein bisschen die Bredouille habe, dass ich einmal die Woche meine eigene Live-Sendung mit Asam habe, weil ich die Produkte so gerne mag. Und dann euch eine Vielzahl an verschiedenen Produkten natürlich zeigen möchte. Aber dieser Bronzer ist so genial. Du hast in der Mitte wie einen Highlighter, den du als Highlighter benutzen kannst. Oder du benutzt einfach nur den Bronzer und hast einen wunderschönen seidigen Bronzer, der nicht zu warm ist, aber auch nicht zu kalt. Und den mische ich mir einfach so ein bisschen. Du berührst ja auch immer nur ganz leicht den Schimmerton. Und den stempel ich mir einfach hier mal drauf. Übrigens habe ich auch einen Rabattcode von Asam nochmal bekommen und der ist wirklich knüppeldicke für euch. Damit kriegt ihr nicht nur 15% auf fast alles, sondern auch versandkostenfrei gratis mit dazu. Einfach, dass ihr nochmal ein paar verschiedene Produkte testen könnt. Es kommen auch noch richtig, richtig spannende Produkte raus. Ich glaube, die sind sogar schon draußen jetzt, wenn das Video online kommt. Also schaut da unbedingt mal bei Instagram vorbei. Aber dieser Bronzer ist einfach phänomenal. Der ist schnell, der ist einfach, der ist super pigmentiert und der hält den ganzen, ganzen Tag. Und jetzt könnt ihr euch denken, was als nächstes kommt. Ich habe natürlich dieses Jahr wirklich viele, viele Produkte rausbringen dürfen. Unter anderem auch mit Catrice. Und auch die Produkte gibt es noch im Catrice Onlineshop. Also wenn ihr die noch nicht habt oder euch noch ein bisschen bevorraten wollt, schaut da vorbei. Die Facepalette. Und da gehe ich am aller, allerliebsten mittlerweile in die Farbe Amore mit rein. Ein so pigmentierter, gebackener Blush. Und was wir da wirklich rausgehauen haben, hat alles verändert. Auch hier nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Die Kollektion kam so, so gut bei euch an. Ich bin froh, dass es sie immer noch gibt. Dass viele Leute sie auch kaufen können, wenn es im September vielleicht nicht geklappt hat. Und im Oktober nicht geklappt hat. Die Texturen sind einmalig. Es ist, das ist High-End-Qualität in der Drogerie. Und wie wir das geschafft haben, Zauberei und Magie. Aber es war einfach phänomenal. Und euch hat es natürlich auch gefallen. Wir werden natürlich auch gleich nochmal die Lidschattenpalette benutzen. Es wäre einfach auch nicht fair, wenn ich die Produkte hier nicht mit reinnehmen würde. Es ist einfach ein ganz, ganz großer Teil der letzten drei Jahre für mich gewesen. Und ich habe so viel Zeit in diese Produkte gesteckt und bin so zufrieden, wie sie geworden sind. Und deswegen ist es natürlich auch ein Jahresfavorit. Weil es genau das eingetreten ist, was ich mir gewünscht habe. Für mich ganz egoistisch. Ich habe Produkte gemacht, die ich jeden Tag benutzen möchte und benutze. Und das hat geklappt. Ich gehe selbstverständlich auch gleich noch ein bisschen in die Farbe Sunrise als Highlighter. Nur punktuell hier und auf der Nase. Viel Highlighter trage ich ja nicht mehr. Aber erst musste einfach einer mit rein, dass das Ganze ein bisschen zusammenpassend ist. Und so eine schöne, zarte Bewegung auf die Haut gibt. Ich will nicht zu viel heute. Da war es zu viel. Wir kommen zu der Lidschattenpalette. Und das ist natürlich auch meine eigene... Ich weiß auch, dass es... Ich hoffe zumindest, dass es von vielen für euch die liebste ist. Schaut euch die an, wie durchgerockt ihr ist. Aber wie wunderschön sie immer noch ist. Und ich glaube, wir schminken auch... Schminken wir einen Basic Maxim Look? Ich glaube, oder? Wir müssten eigentlich einen Basic Maxim Look schminken damit. Weil es ist 2022. Excuse me. Ich starte mit einem fluffigen Blendepinsel und gehe in die Farbe Signature. Dem Signature Maxim Giacomo Ton. Den ich direkt hier in die Lidfalte gebe. Da haben wir so lange dran gesessen. Ich habe euch ja viel über die Palette auch erzählt. Das ist im Prinzip eine perfekte Farbe auch zum Bronzen. Catrice. Call me. Um das Gesicht zu bronzen. Um das Lid so ein bisschen Bronntouring zu machen. Einfach schöne Kontraste aufs Auge zu geben. Und die Farbe passt bei so vielen von euch perfekt. Weil sie sich auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dem Hautton angepasst hat. Und dann dieses perfekte Transition Shade Braun geworden ist. Ich mische auch ganz leicht Rumors mit rein. Einfach um es noch ein bisschen wärmer hier oben zu machen. Nur ganz, 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 ganz leicht. Ich will nicht zu viel Kamel heute auf dem Auge haben. Sondern einen sehr, sehr reduzierten, kühlen Look. Dann gehe ich gleich in Community mit demselben Pinsel rein. Und verdunkel mir das Ganze hier außen nochmal. Das wird so ein... Ich weiß nicht, wie es bei euch dieses Jahr war. Ich habe das Gefühl, 2022 ist das Make-up auch bei uns allen nochmal ganz, ganz anders geworden. Wenn wir uns überhaupt noch geschminkt haben. Ich weiß, dass viele von euch sich einfach gar nicht mehr geschminkt haben dieses Jahr. Weil sie gesagt haben, I'm over it. Mein Make-up hat sich halt auch verändert. Ich war ja früher immer sehr gerne sehr bunt. Und ich trage das auch immer noch gerne. Aber ich habe das Gefühl, dass ich erwachsener geworden bin. So das letzte halbe, dreiviertel Jahr vor allen Dingen ganz besonders. Und das hat sich bei mir echt massiv eingeprägt. Und da hat sich auch mein Make-up komplett verändert. Ich liebe das. Dieses ganz zarte, softe Braun. Mit dem LM5 gehe ich in die Farbe Luna. Das ist ein matter, heller Ton. Und den setze ich mir einfach hier auf mein bewegliches Lid erstmal. Nur um es ein bisschen aufzuhellen. Ganz natürlich haben. Das ist so richtig trendy. Ich weiß gar nicht, warum das wieder so ein Trend gekommen ist. Aber ich mag es auch ganz gerne. Dieses All-Mut-Everything-Lidschatten-Look. Ich gehe jetzt mit demselben Pinsel in die Farbe Spill It und Community. Und wing me das hier außen so ein bisschen in die Lashline mit rein. Einfach um hier ein bisschen Tiefe zu haben. I love it. Wie simpel, wie einfach, wie clean ist dieser Look. Und mit ein bisschen Abstand sieht das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen anders aus. Ich ziehe mir das jetzt hier außen wirklich noch ein Stückchen weiter raus in den Bronzer. Das liftet das Auge wieder ein Stück. Einige werden jetzt bestimmt sagen, das ist der langweiligste Look, den du je gemacht hast. Aber irgendwie beschreibt der mein Ja so ein bisschen. Ich probiere mich mit Make-up auch auszudrücken. Und für mich ist das dieses super natürliche, cleane. Und ich fühle mich angekommen. Mit mir persönlich. Ich habe mich das erste Mal, glaube ich, akzeptiert. Wow. Sentimental. Okay, Freunde. Ich habe einen Lip Liner. Und das ist der Plumping Lip Liner von Catrice. In der Farbe Queen Vibes. Was ich daran nicht mag, ist das Plumping. Ich liebe die Farbe. Ihr seht, der ist auch hier sehr klein. Sehr klein. Sehr nudig. Und als Lippenstift auch hier von Asam Hazelnut Heaven. Der schönste Pinky New Ton überhaupt. Schaut euch mal an, wie weich die Lippen aussehen. Dieser Lippenstift ist... Freunde. Mascara. Uh, Mascara ist auch schwierig gewesen. Aber ich glaube, es ist die hier. Die Volume Million Lashes Balm Brown von L'Oreal. Also das ist nichts, wenn ihr eine intensive Lash haben wollt. So eine dicke, saftige, spinnbeinige Lash. Sondern das ist einfach nur meine Wimpern ein bisschen dunkler. Perfekt dafür. Und Freunde, das ist ja mein Drogerie-Favoriten-Look 2022. Mit den meiner Meinung nach schönsten Produkten überhaupt. Ich bin super, super gespannt, welche Produkte dieses Jahr eure Favoriten geworden sind. Wenn ihr wollt, mache ich auch noch mal ein Skincare-Favoriten-Video. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten Empfehlung für euch. Schaut unbedingt bei Asam Beauty vorbei. 15% Rabatt plus Gratisfasern für euch mit meinem Rabattcode. Schaut euch da gerne mal um. Es gibt so tolle Make-Up-Produkte bei Asam. Neben der Skincare auch tolles Make-Up. Vice versa. Wie ihr wollt, schaut da gerne einmal vorbei. Link ist unten in der Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und auch jetzt schon mal von mir ein dickes, dickes Dank für dieses extrem aufregende Jahr. Passt auf euch auf.